Ein besonderer Tag. Ich bin aufgewacht. Zum Fenster angekommen. Draußen war es dunkel, eiskalt und neblig. Aber heute ist Dienstag, ein ganz normaler Schultag. Man muss sich für die Schule fertig machen. Schnell habe ich mich gewaschen und mir die Zähne geputzt. Fast keine Zeit für Frühstück. Ich war schon zu spät. Munter habe ich mich zur Haltestelle beeilt. Der Frost hat mich geärgert. Zum Glück ist der Bus pünktlich angekommen. Entschlossen und tapfer rannte ich den kaum sichtbaren Schulweg entlang. Das ist mein Gymnasium. Oh, was ist denn das? Die Schultür ist geschlossen. Die Fenster sind dunkel. Das Licht ist nur in der Vorhalle. Schrecklich. Mir wurde kalt und ängstlich.